Oh, hier sind welche. Ja. Nichts, was eine Flasche Rum wieder ausbügeln könnte. Oh, ich seh zwei, da vorn. Oh! Wie bist du da? Hast du gerade geschossen? Ja. Auf jeden Fall. Und dann können wir ja weiter sehen. Ich nehm die da hinten. Faden. Hat die mich doch noch verkifftet, die Kuh. Da steht ne Tasche. Wissen. Okay. Ja. Oh, hier sind welche. Ja. Da hinten auch irgendwie. Die haben Kräfte. Gerade gekämpft. Oh. Rein auf dem Dach. Oder auf Blech. Ja. Da sind die bestimmt da drin. Und rein auf diesen Gitterrosten da. diesen Treppen. Mhm. Jetzt sind die wirklich hier unten im Hof. Okay. Der eine hat eine Schallgedämpfte. Die sind da vorne drin. Aha. Ja. Oh. Auf nichts komme ich hier rüber. Der Rado angemacht. Hart da unten, ja. Der sitzt da. Ja. Das Gitterr ist im Weg. Sonst hätte ich schon zweimal auf den Schießen gehen. Ich habe alle zwei einmal getroffen. Ja. Der andere ist da. Ah. Ah, der rennt weg. Okay. Ich habe sie. Sehr schön. Oh. Der andere ist da unten. Ich bin fast tot. Der pusht mich. Ja. Hab ihn. Sehr gut. Oh. Fuck. Was? Ich hebe dich wieder auf, wenn du umfällst. Na, ich stehe. Oh. Was? Ich hebe dich wieder auf, wenn du umfällst. Ah. Der hat nur Sparks Schalter empfangen. Ah, der hat nur Sparks Schalter empfangen. Der eine liegt hier. Okay. Wo liegt der? Der andere liegt da unten, gleich am Eingang. Okay. Sehr schön. Weniger. So ist das doch schön, wieder nach deinem Geschmack, oder? Ja. Hast du ihn? Nee, ich suche den. Komm mit, hier drin. Hier drin. Ach, drin hast du? Hm. Der hat hier so immer an der Tür rumgetänzelt, so von rechts nach links. Ach, ja. So, wohin geht's jetzt? Da hinten, oder? Ja. Ach, es gibt ja nur einen Boss. Ja. Ah, hier fang ich jetzt voraus, bitte. Oh, eine Verbandstasche. Sehr schön. Das passt. Nachdem ich zwei aufgebraucht hab. Oh, immer mehr. Ich hab Boxhandschuhe. Ah, du auch? Ah, sorry. Nichts passiert. Nichts, was eine Flasche Rum wieder ausbügeln könnte. Oh, hier gibt's nochmal Verbruch hinter. Oh, noch eine Verbandstasche. Sehr schön. Ja, perfekt. Läuft, jetzt hab ich wieder drei. Wo ist denn der Boss jetzt? Ah, war ich wieder klar? Ich bin spitzig gegangen. Mhm. Ah, da fällt mir schon ein bisschen. Mhm. Oh, ich seh zwei. Da vorn. Okay, man. Da, die Richtung. Einmal hab ich ihn nicht verpasst. Mhm. Ist ja bei dir auf der rechten Seite. Da. Ah, aber zwischen den Balkons. Oh. Ah, ja. Ich seh ihn da. Und da von rechts hat auch noch einer geschossen gerade. Und der eine ist da in dem. Zwischen den Räumen. Mhm. Oh, fuck. Da hab ich ihn getroffen. Einen hab ich. Sehr schön. Oh. Oh. Da ist ja noch einer. Oi. Ja. Das ist der, der jetzt in dem Spiel. Oi, 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 oi. Oh. Die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Ich hab verbrei... Oh. Und von da kommt auch noch jemand. Aber wie können die jetzt in die Zwickenden nehmen? Mhm. Warte, ich muss mich kurz heilen. Oh. Die haben einen gekillt. Einen hab ich da. Der wollte bestimmt sein Kumpel gerade retzen. Alter, aber von hinten kommen auch noch weg. So, der Emulator ist zum Glück weg. Aber von hinten kriegen wir auch noch Besuch. Von Süden. Oh, pass auf, der Emulator. Ich renne mal hier hinter, da kann ich ihn zusammenhauen. Oh. Ja, pass auf, von hinten kommen auch welche. Wie wollen hier? Der ist ziemlich nah. Mhm. Der ist ziemlich nah. Die sind zu zweit. Die sind schon. Wie bist du da? Na doch weiter links. Ich hab ihm eine gegeben. Von dort. Ja. Von dort. Ja. Oh ja. Ich hab ihn. Sehr schön. Oh, wir gehen auch gleich die Munition aus. Ja, die haben ihn direkt angezogen. Ja. Der eine liegt dort. Da muss ein Teammate hier noch irgendwo. Ja. Hast du ihn gesehen? Nee, das war doch nur ein Krunt. Hast du gerade geschossen? Ja, da will den retzen. Da hat er ihn gerätzt. Scheiße. Der eine ist hier hin gerannt und der andere da drüben irgendwo. Und hier? Ah, der eine ist hier bei mir. Einen hab ich wieder. Oh, der andere ist weitergeschrieben beim Balkon. Okay. Den nehmen wir jetzt in der Zange. Ja. Gerade ist der gerade. Ich hab ihn. Sehr schön. Puh. Das waren jetzt. Ich hab jetzt eigentlich noch zwei Schuss. Einer liegt hier. Ja, wenn sie loot ist, kriegst du ja auch ein bisschen Müll zu. Da die Bornheim. Da müssen wir jetzt mal um die Typen kümmern, die drinnen sind. Okay. Aber mit zwei Schuss ist schlecht. Was hat der? Nee, der hat die Romero. Boah. Da hinten lagen ja auch noch welche, oder? Ja, zwei. Aber einen kann man nur noch flieten. Okay. Ich muss aber erstmal zurück hier in die Halle. Ich brauch Munition. Wo ist denn der andere Typ hier? Welcher? Da liegt... Hier, da. Da oben, der Berg hier. Ah, da oben. Die machen sich schon Richtung Ausgang. Okay. Lass uns zum Ausgang rennen. Ja, die sind schon ausragend. Achso, zu dem Oberen wollen die. Ja. Shit. Sind schon nach dem Extriction Point. Oh, es wird noch geschossen. Ja, weil da sind... ...dass ich mobsen. Achso. Boah. Mist. Boah, ich pfeife auf dem letzten Loch hier. Na ja, dann machen wir uns dann raus. Und wieder rein. Oh shit, ich sterb gleich. Warum das? Es sind zu viele Hände. Warte, ich komme. Weiße. So, warte, kurz Klonung stoppen. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Was ist denn da? Was ist denn da? Na ja, dann raus hier. Ja. Da hab ich immerhin ein paar Kies gemacht. Ja, ordentlich eigentlich, denke ich. Ja. Ja, wir. Wir. Ähm. Ich schätze mal sechs Mann, oder? Ja, fünf, sechs. Fünf. Fünf. Fünf oder sechs. Könnte es schon gewesen sein. Fünf. Ah. Sechs. Fünf. 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 Entmunter. So, warte mal, was kann ich jetzt hier kann ich doch gleich Fächern reinnehmen.